Ich habe hier aus Gründen ein Steam Key für das Spiel Sanktum übrig, den würde ich euch gerne überlassen. Von daher, der Erste, der jetzt ganz laut hier schreit, der bekommt den Key. Ja, die Steam-Seite von dem Spiel, die tue ich mal in die Beschreibung, könnt ihr euch angucken, ob euch das gefällt. Und ja, in diesem Sinne, gute Nacht. Penis!